Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Space Engineers mit dem Zwerg-Tuber. Juhu! Einen schönen guten Tag. Hallöchen! So! Unser kleiner Flaster ist geschweißt, dank der exzellenten Pannenhilfe hier. Kundendienst! Genau. Wir buchen Sie Fluchen. Ich glaube, ich hole trotzdem mal Eisen von drüben, ne? Ja... Sicher ist sicher. So. Well, es wird sensationell. Also hier hinten nimmt das langsam alles Gestalt an, auch mit den kleinen Crewquartieren und so was. Hast du jetzt mal eine Flaster? Du musst dich denn mit dem Schiff mal wieder bewegen. Du fängst ja jetzt nicht an, irgendwie Optik zu machen, ne? Sondern du machst es jetzt wieder fahrbereit und fliegst dann weiter, ne? Oder? Im Moment mache ich hinten gerade noch ein bisschen Kundendienst. Du wolltest es Flaster machen, irgendwie? Hab ich ja. Also wir haben einen ganz klaren Auftrag, Ressourcensammeln irgendwie, ne? Oder? Also von dir ja bekommen, sag ich mal. Ja, also Ressourcensammeln ist, ähm, genau. Genau. Dafür müssen wir unbedingt dein Schiff weiter bewegen. Und jetzt ist die Frage, was brauchen wir? Alles. Alles. Gut. Guck doch mal die Kamera, was wir brauchen. Also... Guter Vorschlag. So, Kamera... Remode. Dafür haben wir die ja jetzt hingehangen, sag ich mal, die Kamera. So, also Magnesium haben wir fast nix mehr, Well. Da sind wir durch. Silber, Gold, Platin ist klar. Und Magnesium findest du ja an... Jeder Ecke eigentlich. Unterenden irgendwie so. Ja. Magnesium ist hier irgendwie auch Schluss. Gut. Ich steuer... Ich starte mal jetzt die Maschine und guck mal, ob ich, ähm, ob ich dann auch in der Luft bleib damit. Well, drück mir bitte die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Es ist nichts oben angedockt, weil das könnte das letzte Mal nämlich einer der großen Problemfälle gewesen sein. Okay, dann... So, warte mal ein Eisenvorkommen. Könnte das Eisenvorkommen hier gewesen sein? Ich glaube mal... Barwerk, okay. Das war ja dunkel, als ich hier war. Aber ich glaube mal hier war das Eisenvorkommen. Genau. Und dann muss ich den Weg nur weiter folgen und dann komme ich auch direkt zu meinem Bohrlauch. Okay, Well. Ja. Wir fliegen. Oh! Oh! Ich brauche dringend neue Reaktoren. Beim Gas geben auf 100%. Okay, das ist nicht ganz günstig, ne? Okay. Ich beschleunige den Kübel mal. Wir fliegen auch langsam... Hab ich eigentlich vorne angedockt? Ja, ne? Ja. Nicht, dass das Ding jetzt plötzlich so ein Dinger macht. So! Ich wollte weiter in die Richtung. Also weg von der... Von unserer Base. Irgendwo musste hier nochmal ein Bohrloch mal kommen. Ich bin hier rückwärts geflogen. Ah, hier kommt ein Hügel. Wow, 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 wow. Das war mal eben kurz ein Leck. War ich so weit weg, kann ich mir ja nicht vorstellen, dass ich so weit weg war. Ne, hier wird mir auch kein Eis mehr angezeigt. Oh, well. Du musst ihn irgendwo verpasst haben, was? Ich stell' gerade mit Entsetzen fest. Ja, was denn? Dass ich keinen Sprit hab... Also, dass ich zwei Energie hab, um Gas zu geben. Aber... Reicht nur noch fünf Minuten oder was? Ne, vier Stunden aktuell bei Vollgas. Mhm. Das geht ja noch. Aber die Endgeschwindigkeit macht mir ein bisschen zu schaffen. Ja, wohl, jetzt geht's... Jetzt geht's... Ne, ich hab' einen Horizont nicht im Blick gehabt. So, ich guck' jetzt mal. Ähm... GPS. Neu von aktueller Position. Da rechts schaut's gut aus. Löschen. Löschen. Neu von aktueller Position. Eisen. Ich kann die mal eben teilen, sonst... äh... die Position, wo ich bin. Oh, ich hab' Uran gefunden, well. Oh, dann nimm du das Uran. Wir brauchen ja auch Uran. Dann nimm das Uran. Ja, also für... Für die Base brauchen wir auf jeden Fall Uran. Dann pass' auf. Dann pack' ich hier. Hier sind ja noch mehr Sachen. Dann pack' ich hier mittendrin, damit wir auch, ähm... Mach das. Alles... Alles hoffentlich bald finden. Jetzt gucken wir mal, da ist nämlich noch... noch ein relativ großes Feld. Ich versuch' mal alles ein bisschen im Blick zu haben. Eisen. Aber da glaub' ich sind wir gut bedient momentan, ne? Ich weiß nicht. Hab' hier nur eine Mine gefunden, irgendwie so, ne? Wie... Wie gut man da rankommt und wie groß sie ist, weiß ich auch noch nicht. Aber, äh... Also wenn zwei Leute Eisen abbauen, du wirst ja für das Shifter noch ne Menge brauchen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber Uran hat glaub' ich, äh, Priorität, ne? Weil... Also Uran immer. In der Basis ist ja unermesslich viel, ne? Ja. Also die Basis hat... Genau da ist das Hauptproblem. Die Basis ist es halt momentan so ein bisschen. Die, ähm... Dann geben wir den Gold aus. Alles. Weil... Komm da, verspricht halt der Zweck jetzt in dir. Ja, na klar. Ich will mal den Raumfahrer sprechen hören. Brauchen wir wirklich Gold? Nein. Oh mein, es tut mir so leid. Ich bin traurig jetzt. Ich merke. Du musst leicht weinen und so, aber... Hey, wir haben Silber ganz viel. Wer will Silber, wenn er Gold haben kann? Ja, ich merk schon. So, gehen die Tri... Warte mal jetzt. Ich muss mal gucken, ob ich die Landinggears... ... hier einfahren kann. Nee. Das Blöde ist, je größer der Pott wird, ne? Desto schwieriger ist es, den irgendwo zu landen, weil er schief wird. Wie wird das schief? Wieso wird das schief? Ne, weil der... Ich brauche eine relativ große Ebene, um, ähm... ... das Ding aufsetzen zu können. Es muss ja irgendwo gerade bleiben, ne? Mhm. Ja, ja, gut. Ähm... Wie sieht das mit ausfahrbarem Trieb... äh... ... Landegears aus, irgendwie? Würde sowas erleichtern? Nee, die fahren auch mal bis zu einer bestimmten Höhe immer nur aus, ne? Ja. Das würde nicht wesentlich was ändern, ne, oder? Hm... So, 70 Tonnen habe ich jetzt drauf. Ich muss mein Horizont wieder... Also hier ist... Hier ist doof zu landen für mich, ähm, weil das alles an einem Hang liegt. Ich muss mir hier, ähm... Warte mal kurz. Ich mach mir hier mal ein GPS. Wichtig, ähm... Ressourcen... Ressourcen... ... Feld... ... Eins. Ah, so, hier war das. Okay, ich hab's mal... ... gespeichert. Und jetzt suche ich mal ein schönes... ... ein schönes... ... da oben ist doch ein Landeplatz. Das ist doch... Schau doch aus wie ein Landeplatz für mich. Schönes Näschen hochhalten, weißt du, dann geht da auch ein bisschen was. So, wenn ich da so ein bisschen links vielleicht sogar noch mich halte, dann müsste ich eigentlich schon aufsetzen können. Ich glaube, ich brauche mehr Landinggears an dem Kübel. So, ich glaube, ich bring den Krams jetzt aber mal auf direkten Wege nach Hause. Ja. Die 70 Tonnen Eisen, die ich habe, äh, weil dann, damit ich jetzt nochmal anfangen kann mit der Raffinerie. Sonst wird das hier wieder nix. Ich seh mich ja. Äh, ich seh's ja. Komm, weißt du? Mhm. Ich hab dir das GPS geteilt. Okay. Hier ist so ein Teil. Also, ich kann's nochmal eben machen. V, da. Da war das Eisen, aber das ist ja auch relativ rum. Genau. Also, ich hab hier auch relativ viel gefunden gerade. Mhm. Ich baue mir dann auch gleich erstmal eine Antenne an meinem Schiff an, weil so ist ja auch ätzend. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es nach Hause geht. Also, ich sitze hier in einem riesengroßen Ressourcenfeld. Hier ist in unmittelbarer Entfernung sehr, sehr viel. Wo geht's denn überhaupt nach Hause? Hast du ein GPS von Home? Nee, wie? Von alleine? Nein. Nee, hab ich nicht. Ich kann's dir gleich teilen. Okay. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht über den Boden schramm hier gerade. Ich flieg jetzt einfach mal auf Verdacht, du. Aber ich weiß auch nicht wirklich wohin. Weil wir sind echt weit weg, ne? Ja, ja, also ich bin ja jetzt immer in eine Richtung geflogen, einfach um mal ein bisschen auch andere Ecken zu finden. Ja, aber ich hab keine Ahnung, in welche Richtung ich muss. Ich flieg jetzt mal wahllos in eine, aber schon, glaub ich, ungefähr ein bisschen in die Richtung, wo ich glaube. Aber ich kann mich auch komplett irren, ne? Also, wenn du's teilen kannst gleich mal, wär cool. Sobald ich den, 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 den Kübel hier gerade aufgesetzt hab. Ja, du fliegst mal mit dem Großen, oder mit dem Durchscherfschirm? Ja, ja. Nein, nein. Hast du dich dachte, du bohrst schon nach oben? Na, wann denn? Ich muss ja erst mal landen, das ist ja mein großes Problem gerade. Ja, das weiß ich, aber ich dachte, das hättest du schon gemacht. Okay. Ne, mein, mein Plan ist es, das zu machen, ja. Soll ich, soll, hätte ich ja vielleicht zu dir kommen, sollen dich losen? Ich kann doch mal versuchen umzudrehen sonst. Hm, das, ich glaube jetzt, also vielleicht hab ich jetzt einen Landingpunkt gefunden, wo ich hinpacken kann. So, ich seh da hinten ein Gebirge, ich hab aber kein Schirmab, dass unser Gebirge ist. Ähm, ich weiß es nicht. Warte mal kurz, ich bleib jetzt mal in der Luft stehen, dann helf ich dir mal kurz, weil das ist für mich jetzt relativ einfach gerade. Da, Base. Ich kann noch neun Stunden fliegen, aber... So, hier. Das ist die, das ist unsere Basis. Die GPS Base. Ähm, auf Fahrtanzeigen, always visible. Wow, lack of doom. Was ist denn, der Zwergköpfer, was ist denn, ich hab hier einen Zwergtransporter und dann hab ich den Zwergköpfer. Unsere Basis seh ich gar nicht. Äh... Ach, doch, der Base. Genau, dann blendet er an. 15 Kilometer. Sag mal, warum, also die Fahrwerke machen mich manchmal echt irre. Jo, mal eben komplett in die falsche Richtung geflogen die ganze Zeit über, ne, die letzten drei, vier Minuten. Also wirklich komplett in die gegensätzliche Richtung, ne, zur Basis. Also so richtig falsch. So. Oh Gott. Ich bin jetzt genau dahin, wo ich herkomme, ne. Krass, wie man sich irren kann, ne. Ja, gut, das ist, das ist halt genau das Problem, ne. Sag mal, also irgendwas, irgendwas stimmt doch hier heute wieder nicht. Ich kann... Alles. Warum? Ne, ich kann gerade im Moment, egal was ich tue, ich kann nicht mit meinen Fahrwerken, ähm, auf den Boden aufsetzen. Das mag vielleicht an der, an der... Na gut, du bist sechs Kilometer entfernt, die Basis ist elf entfernt, oder hm. Soll ich zu dir kommen und dich versuchen zu lotsen, oder so, oder? Ne, das Problem ist, ähm, mein größtes Problem an der ganzen, an der ganzen Geschichte ist, dass ich mit den Fahrwerken, ich kann auf den Boden aufsetzen, das ist auch gar kein Problem, aber ich kann sie nicht verriegeln. Das ist das, das ist gerade die Schwierigkeit. Ich kann aufsetzen und bleibe auch dann tatsächlich stehen, aber sie verriegeln am Boden nicht. Ich bin jetzt so kurz davor, dass ich überlege, ob ich am Boden nicht eine Bodenplatte baue. Mach das. Da, wo du, da wo du landen willst, ne. Ja, ja. Das ist da, was weiß ich, dass ich da so eine Reihung ziehe. Weil die sind ja komplett, die schauen für mich jetzt aus, als wären die Fahrwerke komplett ausgeschaltet. Hm. Das Problem hatten wir letztes Mal auch schon, ne. Ja. Ähm. Müssen eigentlich beide am Boden unbedingt sein, oder würde es theoretisch reichen, wenn, eigentlich würde es doch reichen, wenn eins am Boden ist, ne. Also wenn du nur ein Fahrwerk hast. Theoretisch, ja. Wenn eins am Boden ist. Ich weiß nicht, wie das Spiel das sieht, wenn du zwei Fahrwerke hast, irgendwie. Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen, groß. So, warte mal. Ich kopiere die jetzt mal schnell zu einem eigenen Blockfahrwerk. Dann sind die nämlich immer oben. Leck, 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 leck. Ah, ne. Oh, ne. Tausend Meter bin ich ein bisschen hoch. Ich geh mal runter. Ja, da bin ich echt eben einfach mal fünf Kilometer in die falsche Richtung. Was? Ich hab's geschafft. Hier, super. Oh. Well. Killing me softly, ey. Das war jetzt ein heißer Ritt. Weißt du, wie ich das jetzt gelöst hab? Panisches An- und Ausschalten von dem, ähm, von dem Block. Ach, das ist gut. Mit Panik arbeite ich auch viel. Ja, das ist, ähm, das ist eigentlich, wie soll man sagen, auch das einzige, was wirklich zählt, ne. So ein bisschen mit Panik ist eigentlich immer gut. So. Ich hab hier bis oben gar kein Verbinder mehr dran. Jetzt hab ich natürlich die komplette Richtung verloren, wo das jetzt ist. Ich lande mal eben auf deinem Verbinder, ne, oben auf dem Dach. Ja. Weil ich hab, mein oberer Verbinder ist nicht mehr dran, deshalb. Dafür ist er ja da, well. Uh. So. Wo hab ich das Ressourcenfeld getaggt? Da. Da. Da war auch das Uran hier gewesen. Boah, ich hab, was ist denn mit meinem Gegenschub eigentlich los? Das weiß ich nicht. Äh, das ist ein kleiner, das ist ein kleiner Fracht. Okay. Mal da rein. Ich glaube, das Uranfeld war irgendwo hier. Ähm. Merde ich hier nicht. Na gut. Ja. Uran. Well, ich hab Uran. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß. Das lieben alle. Und direkt darauf ist ein Baum gewachsen. Das macht sich immer gut. Was? Der strahlt auch so ein bisschen in alle Richtungen. Direkt auf dem Uranfeld ist ein Baum gewachsen. Auf dem Uran. Ja. So schön. Der leuchtet. Mit Sicherheit sogar. So. Mal kurz ein Checkup machen. So. Sichere landet. Gib mir doch mal eine Außenperspektive hier. Spiel. Hallo. Ich will doch nur eine Außenkamera haben. Kann doch nicht so schwer so viel verlangt sein, oder? Danke. Das kriege ich ja nicht mehr. Boah. Na, klasse. Super. Ich kann den Fass da gleich schon wieder schweißen, ne? Weil ich hatte auch kein Fahrwerk mehr unten dran, ne? Und, äh, wow, 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 jetzt spielt das Spiel wieder Flummiwein mit mir, ne? Weil mit mir auch. Ich aber. Krass. Okay. Also ich. Ich bin jetzt aber gelandet und müsste eigentlich auch passen. Ähm. So, Motoren, Herstellungskomponent, äh, das hier. Ich weiß mal, ich brauch unbedingt wieder ein Fahrwerk an dem, an dem Schiff. Ich kann sonst hier nicht mehr gescheit landen. Ich, ich muss mal gerade Gyros gucken. Ich hab fünf Gyros da drin. Fünf ist ne Menge, eigentlich. Ja, aber ich. Aber bei der Größe kann ich's nicht einschätzen. Ob fünf vielleicht doch weniger sind. Ah, ich hab noch ein bisschen Zeug geladen, aber nicht viel. Äh, Stahlrohr, was? Ich brauch, ne. Ja, ich spiel noch was. Turm. So, jetzt machen wir erstmal das Schiff hier wieder flott. Hä? Oh, leck. Will ihr mich trollen? Hä? Ich hab das doch eben weggeschmissen alles. Den Metallabfall. Bin ich im Uran? Warte mal. Au. Ich hab jetzt 100 Motoren im Inventar. Jetzt geh ich wieder hin und schweiße das. Jetzt schrottet ihr mir die Motoren wieder? Ne. Jetzt, keine Ahnung was. Ich hätte schwirren können, dass ich das jetzt zu zweitmal habe. Wow. Warum krieg ich eigentlich wieder ständig Metallabfall in meine Tasche? Äh, weiß nicht. Hast du so eine Idee? Ich krieg alle Nase lang Metallabfall in meine Tasche. Äh, weil? Immer wenn ich anfange zu schweißen, krieg ich Metallabfall rein. Ich hab ein kleines logistisches Problem. Das da wäre? Ich komm nicht mehr aus dem Bohrloch raus. Ähm, weil? Ja, der blöde Horizont. Ja. Äh, du siehst auch, wenn ich jetzt eben Horizont halbwegs gescheit, äh, wenn du in der, äh, Innenkamera-Perspektive bist. Also ich lieg wie ein Stein auf dem Boden gerade. Ich schweiß das Triebwerk jetzt echt zum dritten Mal, ne? Du glaubst es nicht, ne? Das Triebwerk hat immer wieder Dauerschaden bekommen. Ja. Durch die Position, wie es da wohl gesessen, gelegen hat. Irgendwie so. Unglaublich. Das könnte das Spiel ja irgendwie auch mal mitteilen dann, ne? Weißt du? Mhm. Ähm, du siehst, wenn du in der Korps-Perspektive bist, äh, in der Mitte vom Bildschirm so eine dünne, es sieht aus wie eine geschweifte Klammer. Das ist auch dein künstlicher Horizont. Genau. Den, den habe ich aber jetzt komplett verloren und ich habe jetzt aus irgendeinem Grund... Aber an dem kann man sich gut orientieren, wenn der kleine Kreis unten voll ist, irgendwie so. Und was ich halt eben festgestellt habe, ist, ähm... Oh, oh, oh. Ja. Ähm, jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn du anfängst, dich zu drehen, ähm, also weil du vielleicht etwas weiter links oder rechts bohren möchtest, musst du direkt noch während der Drehung, äh, das alles mit anpassen. Mhm. Ähm, also die, ähm, den Horizont, weil der, der fängt sofort an zu kippen halt. Ja. Ich habe gerade ein anderes Problem, Will. Ich habe mir meine Triebwerke zerlegt. Alle, oder, also viele, also, ähm... Also, es reicht, damit es ein Problem wird. Ähm, soll ich vorbeikommen eben, oder, äh, was machen wir? Äh, wie, wie, was wäre deine Idee? Ich muss mal gerade mich orientieren, wo unser Schiff ist. Bitte vorbeikommen und dann gehe ich runter, äh, in dein Loch da... Boah, das ist... Das ist schon ganz schön weit weg von deinem, vom Hauptschiff. Achso, ich dachte, jetzt kommt ein Bohrer wegen Werbeeinnahmen, aber von dem haben wir uns ja sowieso schon verabschiedet. Das ist schon längst rum, weil da mache ich mir gar keine Illusionen. Sonst fliege ich mit meinem Bohrschiff eben rüber und, äh, aber wir müssen dich ja da irgendwie wieder flott kriegen, sag ich mal, ne? Ja, ne, also ich bräuchte momentan... Mir fehlen ein paar Triebwerke, die jetzt sind komplett aus teilweise. Herstellungskomponente, Motoren, also volle Programm. Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist. Ich kann mich auch... Kann ich die, warte mal, kann ich die Steuerung von den Triebwerken überbrücken? Nach unten. Wie viele habe ich nach unten gerade? Links... Hä? Ich habe kein einziges Triebwerk nach unten? Echt nicht? Das wäre schlecht, ne? Oh, oh, ja. Das eine Triebwerk ist tatsächlich kaputt. Ich habe... Eins ist explodiert und das andere... Sag mir mal, was ich grob einparken soll, dann komme ich zu dir und, äh... Und dann mach ich mir mal hier den Rettungsassistent. Genau. Also ich brauche, ähm, Stahlplatten. Ein bisschen. Keine Ahnung, so 500 oder so. Ja, Sekunde, eine Kamera will ich eben noch anbauen und dann kann ich dir auch helfen, glaube ich. Ähm, an die Stahlplatten habe ich selber auch noch ein bisschen dabei. Okay. Dann, ähm, ein bisschen Herstellungskomponente. Hm, äh... Ich sag mir das mal eben erstmal ein. Was heißt ein bisschen, ähm... Ein bisschen so ein 500 bis 1000 halt. Ach, das ist ein bisschen. Stückchen, ja. Also 593 hätte ich jetzt gerade, ja. Ja, ist okay. Stahlplatten 647, ne? Ja, ist auch gut. So, ganz, ganz viele Motoren. Sekunde, dann muss ich mal eben kurz beim Schiff und die schon mal da reinpacken eben. Ähm... Ja, also da muss ich extrem aufpassen. Da muss ich definitiv mehr Panzerung anbauen an das Schiff, damit die Triebwerke nicht so beschädigt werden. Ne, Panzerung musst du nicht ran. Du musst halt nur... Du darfst halt nur nicht irgendwo so gegenheizen halt. Ja, ja. Tja. Äh... So, was? Motoren. Motoren ganz, ganz viele. Mach mal so... Machen wir so... 1.000, 1.500. Wieso denn 1.500? Okay, wir reden doch von dem Bohrschiff, oder? Ja, ja. Da hast du pro... Dafür ein großes Triebwerk 144 Motoren. Genau, aber ich muss ja mehr dran bauen. Du willst ja 10... Du hast ja 10 Triebwerke zerschossen. Ne, ich muss teilweise Triebwerke reparieren und ich brauche auch welche zur Unterstützung, damit ich heimschleichen kann. Also ich muss mir definitiv dann noch mehr welche dran bauen, sonst komm ich hier nicht weg. Wie krieg ich denn jetzt dann, Bursche? 5... 500 Tonnen? Also meins... Meins wog 70 Tonnen irgendwie. 84. Und zwei Triebwerke... Ja, da reichen noch zwei Triebwerke nach oben. Maximal drei. Das tragen wir noch problemlos. Aus irgendeinem Grund eins, das kaputt ist und eins, das mich nicht mehr hochheben kann. Ja klar, weil es kaputt ist, wenn du nur noch eins hast, dann trägt er aber dann reichen dir theoretisch 288 Motoren irgendwie. Ich kann jetzt 1500 Motoren mitnehmen, aber ich muss dann noch welche nachproduzieren. Aber damit kriegst du 10 Triebwerke ran, ne? Wir haben da alles an... Ich würde mich schon fragen, warum du 80 Tonnen mit 10 Triebwerken trägst und mein Schiff 70 Tonnen mit zwei Triebwerken. Weil... So, passt. Ich... So. Dann brauchst du ja... Eigentlich brauchst du alles, was sie in der Basis haben, würde ich sagen, ne? Metallgerüst, Stahlrohr groß... Ja, aber dann brauchst du auch noch mal 1000 Metallgerüste, dann brauchst du auch mal irgendwie 1000 große Stahlrohre oder sowas, ne? Ne, davon viel, viel weniger. 300 oder sowas. Stahlrohre reichen 200. 100 bis 200 reichen aus. Äh, du weißt, das ist alles, was sie in der Basis haben, ne? Also, wir haben nicht mehr in der Basis, ne? Das ist, äh... Ich weiß, ich wundere mich ernsthaft, dass der Burschiff irgendwie quasi so viel Materialien wie die Helikere gerade verschlingt irgendwie. Ich muss jetzt die Basis leer machen. Ich muss wahrscheinlich zweimal fliegen, weil ich glaube nicht, dass man den Burschiff so wie tragen kann. Ähm... Ich muss gucken. Ich versuche einfach alles mitzubringen, was wir in der Basis haben. Ähm... Kleine Stahlrohre brauchst du auch, ne? Äh, ne. So, große Stahlrohre, okay. Was brauchst du noch? Das war's im Großen und Ganzen. Hast du ja schon... Metallgerüste... Ach, Metallgerüste muss ich dann ein paar... Genau. Ja, ich krieg immer nur... Muss ich ein paar Mal hin und her laufen, um die da alle reinzukriegen. Ähm... Also ein Frachtcontainer ist jetzt schon voll hier bei mir. Ähm... Ne, warte mal. Einzeigen brauchst du nicht. Ähm... So, was greif ich denn da immer? So, 200 Metallgerüste. Ich renne noch ein paar Mal hin und her eben. Ich würd sagen, das machen wir einfach in der nächsten Folge, Will. Ähm... Ich krieg so viel offengestanden gar nicht in mein Schiff gerade rein. Auch mal in den Verbinder kann ich da was reinpacken. Ja, müssen wir auch in der nächsten Folge machen. Genau. Dann schauen wir einfach weiter. Okay, gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss.